Ich weiß selber, wie meine Hand ist. Wie gesagt, ich möchte keine Behandlung haben. Ja, okay. Ich möchte auch nicht, dass Sie mich bei der Hand haben. Okay. Entschuldigen Sie. Entschuldigen Sie. Können Sie uns gerne mitteilen, wie wir das Lippen lösen? Ich sage Ihnen einfach nur, bevor man irgendwas tut, ist es ja gut, erst mal zu sprechen. Ja. Und ich sage nicht, wie ich widerspreche dagegen. Entschuldigen Sie das Desinfektionsmittel? Wie gesagt, ich widerspreche dagegen. Ich möchte, dass es dokumentiert wird. Das ist das Einzige, was ich ums Anruhe habe. Das ist das Schmerzenhau oder der gleiche? Ja. Meine passen nicht rein. Ich habe nur einen. Ich habe zwar Lady Hands. Nein. 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 Das ist ein bisschen wach, so kann man es nicht mehr machen. Wir probieren das mit zu wenig Auswand, diese Schuhe nicht möglich zu machen. Wir hoffen, dass das nicht weggeht. Aber wir wurden von der Polizei dazu angehalten, dass die... Es ist kein Amtsbein. Ja, aber das splittert ja und der Druck macht es auch. Was soll ich denn machen? Vielleicht die Straße aufschneiden. Die Straße aufschneiden, mhm. Ja, das hat ja an anderen Stellen schon geklappt. Ich zeig ihn einfach, wenn dir was geht. Ja, machen Sie das. Kein Problem. Ein Bomber, ein Schraubezieher flach, dass ich will abhebeln kann. Irgendwas zu... Wie soll es denn schwierig? Ja, ich guck gerade. Ja, ich bin mal... Ja, ganz wichtig. Ja... ...ich muss das gemeinsam machen. Ja,ik. Ja. Ja, dann kommt er auf den Aufwand. Ja, jetzt gehen wir mal wieder. Ja... Ja, ich will... Ich muss... Ja, ich muss... Ja, ich muss... Ja... Ja, ich muss... Ich muss... Da kannst du Öl, kannst du Becherversiere halten. Ich stehe auf, ich stehe auf, ich stehe auf. Ich stehe auf, ich stehe auf.